Yo, hi! Zurück zu Impact Winter. Ich wollte eigentlich zum Hotel hier wieder, aber ich bin jetzt hier bei irgendeinem komischen Van hier und, naja. Schauen wir mal, was hier so ist. Zumindest mal übelst der Riss. Oh, ein Container, den ich sprengen kann, wenn ich wollte und könnte. Oh, Moment mal. Könnte. Ah, nice. Warte mal rüber, oder? Hm, sehr nice. Hier ist auch noch das Ding in... Ist doch gut. Was ist denn das hier eigentlich? Okay. Ähm, das ist doch schon das Hotel. Okay, ist doch okay. Auf 25 gefallen. Da müssen wir ein bisschen pennen, die Jungs. So, Hotel runter und hier lang. Oh. Liegen Sachen? Koffer, oder was? Achso, ich kann übrigens mal den Kollegen ausmachen. Das nervt ein bisschen. Oh. Das sieht aus wie ein Leitwerk. Das sieht aus wie ein Flugzeug. Absturzplatz. Flugzeug. Ah, ich muss dich wohl aufrüsten, wenn ich hier reinkommen will. Okay. Warum? Naja, sei's drum. Ich möchte ja eigentlich hier drüben den Container knacken. Wow. Triebwerk. Ja klar. Ich geh da mitten bei denen. Achso, ne. Da vorne. Da kann ich natürlich ein bisschen bohren. In der Theorie. Ne, auch in der Praxis. Oh, da kommen die Wolfis. Oder was ist das denn? Eine Blackbox. Äh, Moment mal. Die nehm ich auf jeden Fall mit. Langes Rohr. Nochmal langes Rohr. Jetzt muss ich aber auch weg. So, die Wölfe gucken dann nur ein bisschen. Okay. Blackbox geholt. Aber jetzt nochmal rüber. Wo ist denn der Container? Boah, sind hier viele Wölfe. So, jetzt müsste eigentlich gleich schon wieder der Spalt kommen. Kleinen Umweg gelaufen, ne? Ja. Ist das dann da oben weiter? Oder noch weiter unten? Total am rum. Oh, Pech. Äh, Glück. Ähm, pipapo. So, Ladung setzen. Flup. Weg hier. Sehr gut. Ist das hier? Frachtliste. Naja, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Geiler Scheiß. Ich kann sogar die Frachtliste mitnehmen. Wenn ich oben zum... Ja, wenn ich oben einfach zum Lager gehe, oder? Es müsste gehen. Container zerstört. Bam. Oh. So, und das hier oben. Dass der Spalt ist, alles klar. So, wo war jetzt da mein... Mal kurz eben gucken. Ka-ding-ka-ding. Oh. Einfach oben. Okay. Okay. Das überbringt sie auch nicht. Die dusflige Liste sowieso nicht. Das überbringt sie auch nicht. Mal gucken. Die Blackbox erstmal weg. Pro Cosmos weg. Alles außer der Pulle Wein weg. Sehr gut. Und die kann ich mir eigentlich mal kurz reinballern. So. Dann schläft sie auch gleich besser. Dann schläft sie auch gleich besser. Nochmal was zum Sprengen. Ach nee, den hatten wir schon. Ach nee, den hatte ich noch nicht. Nochmal was zum Sprengen. Oh. Brauchen wir nicht, ne? Haben wir alles. Ach, da kann ich irgendwie rein, oder? Ja, da kann ich mich gut festziehen. Ach Mensch, da spielt halt so ein paar Bugs und nur einige. Ist gar nicht so dolle. Da ist aber schon wieder so ein Loch, wenn das so riesig ist. Ja. Ja. Lachen wir doch immer rum. Riesenautobahn hochgebogen. Okay. What the fish? Wo war das Reise? Ich weiß nicht. Okay. Hier geht die Eisenbahn lang. Lass uns mal auf den Originalplan gucken. Wo geht denn da die Eisenbahn lang? Geht eigentlich eher quer. Und da geht sie hoch. Okay. Da sind wir. Okay. Dann müsste ja rein theoretisch da hinten so ein Tower sein. Okay. Mal gucken, was hier kommt. Oh, eine Höhle. Ein Tierbau. Oh, hmm. Oh, hmm. Wenn ich mich frage, sind es garantiert keine Ratten wie beim letzten Mal. Okay. Okay. Ich glaube, wieder abhauen, oder? Du bist halt zu gefährlich. Ah, noch was. Aber nice. Aber nice. Okay. Ich muss, glaube ich, aber eh wieder zurück, ne? Weil die sind da voll am Abzicken. Okay. 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 Okay, lass uns kurz mal gucken, oh wow, dann lau ich natürlich nochmal eben nach Norden, aber ich muss auf jeden Fall, eigentlich wollte ich das Werkzeug von oben holen, oder was auch immer da notwendig war. Jetzt gucke ich mir den Big Shit an, okay. Burton Avenue, okidoki. Okay, ich geh mal in die Nummer 5 rein. Okay, Bürsten brauchen wir nicht, brauchen wir auch nicht, könnten wir gebrauchen, weiß ich aber nicht genau, erst mal angucken, was hier so los ist. Oh, was haben wir hier? Hier, Fließdecke brauche ich. Regenmantel, hm. Nehme ich auch mal mit. Handschuhe wäre natürlich nice, aber nicht zwingend notwendig. So, hier gibt's ne, ich hab kein, doch, Schloss knacken, alles klar. Komm, knack den Shit. Hm. Beim nächsten Mal. Kabel, Kabel, Kabel. Okay, vielleicht nicht. Guck mal eben kurz in die Küche. Wow. Okay. Was wird dir so angeboten? Nix. Big Kühlschrank. Okay, warte mal. Also, das Ding gleich mal reinziehen. Okay, das sieht gut aus. Da ist auch noch einer, ne? Oder der? Ne, der da. Okay. Ducktape, passt der irgendwo? Schrauben. Kann ich nur noch kleines Zeug mitnehmen? Topf hat mir davon gefehlt, ne? Was kann ich hier loslassen? Brauche ich alles, ne? Okay, wir müssen hier sowieso nochmal herkommen. Verdorben. Okay. Thermostat, weiß ich nicht, wir brauchen so ein Druckventil, oder wie es hieß, ne? Da ist der Kochtopf und den brauche ich, Chili. Ich komme hier nochmal her. Und eine Kaffeekanne? Kaffeemaschine? Alter. Tja, ich bräuchte hier mal so ein... Hm, ah, da gibt's noch einen Keller. Kabelbinder, die brauche ich. Okay, es tut mir leid, ich muss ein paar Knochen loswerden. Okay. Eine Schreibtischlampe. Hm, die habe ich noch nie gesehen. Das ist alles nicht so wichtig. Leer oder... Entschuldigung. Klein. Das ist eine Plastikflasche, ne? Aber ich muss zurück. Wow, Fahrrad. Oh, Seeds, Seeds, ey, nice. Nochmal 50. Okay, sehr nice. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir noch gar nicht angeguckt, oder? Nochmal Seeds. Sehr gut. Boah, ich brauche hier ein Lager oder sowas. Da ist der Druck. Das Druckding. Okay, ich kann jetzt das Ding hier nochmal locken, locken. Ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich brauche, oder? Noch einen Sack. Ja, Leute, tut mir leid. Ich muss hier nochmal herkommen. Die müssen jetzt erstmal liegen bleiben. Das ist richtig nice hier. Ja, wieder auf. So, und die drehe ich da, habe ich nicht vergessen. Aber jetzt erstmal kurz, ich wieder zurück. Also da noch eins. Jetzt will ich nochmal eben kurz hier oben gucken. Da kommt noch eins. Also hier brauche ich definitiv ein Lager irgendwie. Da kommt womöglich noch eins. Ja. Das ist ein Number One. Okay. Kurz auf dem Radar gucken. Da kommt erstmal nichts mehr. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich mal? Das ist so weit weg. Hm. Aber jetzt, ich versuche einfach mal schnurstracks runterzulaufen. Wo ist denn diese Siedlung? Ist das dann Nelson Power? Das kann ja nur die da hinten sein, ne? Bei Nelson Power da die drei Häuschen oder so. Kann auch ganz woanders sein. Mal gucken. Wir müssen jetzt sehr schnell, ich muss mal eben kurz gucken, wie lange brennt denn das Feuer noch? Alter, noch acht Stunden, das schaffe ich ja wohl. Aber eins ist auch klar, ich brauche da ein Lager. Dazu bräuchte ich eigentlich mal so ein Bettlaken, um mir mal eins zu bauen, aber auch wenig. Oh nein. Ach du Scheiße. Ich entscheide mich mal für unten lang, oder? Kann ich da rauf gehen? Nee, kann ich sowieso nicht. Okay, sehr interessant. sind. Okay, wo ist das hier? Wollen wir kurz gucken. Da ist rundherum nix. Ach, wie geil, hier ist ein Lager. Warte mal, warte mal, warte mal, was mache ich jetzt? Lass sie erstmal da liegen. Das muss ich mir merken für die nächste Session. Wo bin ich denn hier? Muss man eben kurz gucken. Das ist das Hotel. Irgendwie westlich vom Hotel. Laufen wir eben hier rauf. Achso, da sind die Autos und da rüber einfach nur. Und dahinter ist es. Alles klar. Und hier oben? Da muss irgendwo das Hotel sein. Okay, da ist das Hotel. Shit. Da kommt's. Da kommt's. Da kommt's. So, war du schon mal voraus? Die schaffen es schon. So, und ich geh jetzt noch mal kurz rüber und hol mir da das Ding und baue da drüben auf jeden Fall. Voll der üble Sturm, scheiße. Minus 39 Grad. Nicht so nice. So, da sind die Autos. Da müssen wir rüber. Ah, das Ping. Ich weiß nicht, was das bringt. Also wenn das einer weiß, bitte mal schreiben. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Oh, ist das ein Sturm, scheiße. Danke. So. Mal kurz gucken hier. Das nehmen wir mal mit. Upsi. Den brauchen wir auch. Ich glaube nicht, dass ich so ein Modellauto brauche. Den brauchen wir. Die Flasche auch. So. Na gut, wenn wir schon mal da sind, nehmen wir das auch mit. Bring den Krimskrams. Ist ja nett. Okay, ich kann den nur überall reingucken. Plastikflasche brauchen wir natürlich nicht. Dose nehme ich mit. Da sind die auch mit. So, kann ich das Ding auch noch reinschauen? Kann ich überhaupt nicht erkennen, ne? Ah, das da hinten vielleicht, oder? Äh, alles leer. Okay, das mit dem, mit dem Ding, das war jetzt echt Fügung. Das ist natürlich richtig gut. So, nur gucken, dass ich das nochmal finde. Wetter. Wetter hat sich geändert. Wird wärmer wenigstens ein bisschen. Eben noch der üble Schneesturm. So, und die... Was waren das? Acht Stunden, oder was? Wie lang läuft das? Bling, bling, bling. So, da oben rauf. So, vergrößert wird es besser. Also, Riesensee hier. Da kommen sie, die Häuschen. Ich würde mal sagen, mitten rein baue ich das Ding, oder? Quasi hier so. Und platzieren. Nice. Nice. So. So, kriegt halt alle das da noch mit. Da ist das... Ne, den Rest behalte ich. Okay. Kann ich schon wieder pennen? Ne, oder? Doch. Flieg weg den Shit. So. So, nur kurz. Ich muss wieder rüber. Weil ich muss drüben mal ein bisschen... Ja. Aber das ist gut. Das heißt, nächstes Mal schön lupen. Alles klar. Also. Leute, das war gut. Und... Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüssi. Mal. 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 Vielen Dank.